hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute für die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel wikings war of clans ich werde das spiel mal start und voll betreiben machen ja oder dass ich die letzten wochen kein mikro anhatte dafür hat das nicht richtig funktioniert ich hoffe jetzt klappt das ja aber ich denke schon gut da war hier mein account und ich werde mal probieren und was machen was weiß ich noch nicht das werden wir dann sehen ich werde mal probieren die täglichen feste zu machen also so weit dass wir die letzte truhe haben gold ausgeben gebäude vermessen ok das hört sich doch gut an gebäude vermesserung was ist das hier auch so das sind die ganzen baffs die man umgeben kann Was ist da 1? Egal. Post. Post ist auch wichtig. Lohnung kriegst du das? Hm. So besser. Einfluss durch Gebäudeverbesserung bekommen. Ich muss 66.000 Euro bekommen. Ab wann geht der Vorschub? Und da habe ich keine, oder? Ich habe das für mich. Ich habe davon welche, aber ich kann keine herstellen. Ich habe bestimmt irgendwo gewonnen, ob ich etwas erforschen konnte. 290, 240. Dann nehmen wir die hier. 265. Ah, man kann nur einen trainieren. Freies Beitritt. Da. 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 ist der unten jetzt so fertig ich hab noch null punkte krieger zerstören so, das schaffen wir ach, der ist doch Level 1 ok ok das ist doch Oh jeez. Ich kann nur einen Marsch machen. Ich hab verloren. Angriff erfolgreich. Okay. Ich habe einen Zeek. Nein. K Das war's für heute. Okay. Okay. Wow, ne 1. Ah, da steigen wir auch. Noch ne 1. Noch ne 1. Dann müssen wir noch 2 Mal angreifen. Wann ist der Hofgardist kaputt? Wann ist der Hofgardist? Wann ist der Hofgardist? Wann? Ah, keine Energie mehr. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Verbessern, kostenlos. Verbessern, kostenlos. Okay, das waren ja alle mit den Schnellen. Verbesserung. Oh, ich bin jetzt wieder raus. Wieder rein. Ähm. Schmiede. Verbessern. Okay. Nein. Dann haben wir jetzt so... Immer noch Müllpunkt. Ach, Mensch. Heilen. Heilen. Keine Darzen heilen. Heilen. Hm. Heilen. Heilen. Äh. Heilen. Wie. Er. Mauer, Schmieden, Bergwerk auf Siebeln. Hm, wieviel Einfluss habe ich eigentlich bekommen, oh tausend, ein Ressourcenstandort Silber, 3500, ist das einer, Eisen, Steinbruch, Steinmetz, das ist ein Schmiedler. Oh, okay. Leute, ich komme hier mal wieder nicht so richtig weiter, was mache ich denn jetzt? So, Truhe einlösen. Bei denen spielt dort alles so lange immer. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ich habe eine Fähigkeit. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Was soll ich jetzt noch hier machen? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, das geht leider nicht. Oh, okay. Oh, ich muss hier vorne durchgucken. Und da bin ich. Und wer ist das da? Der Gildenmitglied, oh das ist 23, nein. Ich weiß hier leider nicht weiter, Leute, ich glaube ich muss warten. Ich habe keine Energie mehr, ich kann nichts bauen. Aber ich habe jetzt wieder Energie. 142. War hier hinten nicht noch irgendwo was gewesen? Nee, versteckbar das. Na ja, na ja, na ja. Na gut, ich denke das war's für heute. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich habe mein Ticket noch ab und würde sagen, bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.